Micha, das erste Endspiel ist gespielt, ein 2 zu 1 Auswärtssieg der Schanzer bei WN Wiesbaden. Wie hast du die Partie von gestern gesehen und welches Fazit würdest du nach den 90 Minuten ziehen? Ja gut, ich fange mal hinten an. Klar haben wir uns alle über das späte Gegentor geärgert. Da muss man auch die Frage berechtigt sein, ob man sechs Minuten Nachspielzeit braucht. Aber gut, das hat uns sicherlich ein bisschen geärgert, aber wenn uns vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir machen zwei Auswärtstore und gewinnen auch das Spiel noch, dann hätten wir das sicherlich alle gerne unterschrieben. Also von daher eine wunderbare Voraussetzung für das Rückspiel. Ich denke mal, das Tor hat uns natürlich geholfen, gleich am Anfang auch Wehen ein bisschen Verunsicherung zu bringen. Wir hätten uns schon gewünscht, dass wir dann aber phasenweise ein bisschen besser im Spiel gewesen wären, auch ein bisschen selbstsicherer gespielt hätten. Auch nach dem 2-0, was ja direkt nach der Halbzeit fiel. Da haben wir nicht immer die spielerische Linie gehabt und das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Druck zusammen, der einfach auf diesen Relegationsspielen liegt, dass man da manche Dinge nicht so umsetzen kann, die man sich überlegt hat. Was wieder top war, war die Einstellung, wenn man gesehen hat, wie die Leute sich reingehauen haben, wie die Spieler, die reingekommen sind. Krause, Fatih, auch wie die sich reingehauen haben. Da merkt man, es ist eine Einheit und das braucht man natürlich auch fürs Rückspiel. Fürs Rückspiel ist die Ausgangssituation. Die Schanzer haben gewonnen auswärts in Wiesbaden. Es ist jetzt ein Ergebnis, bei dem der Schein vielleicht ein bisschen trügt. Man ist vielleicht schon durchgefühlt für die Fans oder auch für euch vielleicht? Oder muss man weiter hellwach sein, damit zu Hause alles gut geht? Durch ist man natürlich nicht. Man kann es vielleicht so umschreiben, es ist Halbzeit und es steht 2-1. Wer glaubt, dass er ein Spiel gewonnen hat, wenn es zur Halbzeit 2-1 steht? Natürlich mit dem Vorteil, dass wir zwei Auswärtstore haben. Das ist ein bisschen anders zu einem normalen Spiel. Aber Fakt ist, wir führen 2-1. Fakt ist, wir brauchen die volle Unterstützung der Stadt, der Region und der Fans im Stadion. Wir müssen einen Hexenkessel von den Fans auch fabrizieren, das wen beeindruckt ist. Ich glaube, das waren sie auch ein bisschen, hatten sie Respekt vor uns vor dem ersten Spiel jetzt. Und dieser Respekt muss noch größer werden, wenn sie bei uns auflaufen im Stadion. Und dafür müssen wir alles tun. Wir brauchen auch Druck von außen für alles andere auch im Spiel. Ich meine, wir hätten einen klaren 2. Elfmeter kriegen müssen, das muss man auch mal sagen. Wir haben ja zum ersten Mal mit Videoschiedsrichter gespielt und ich frage mich, warum wirklich ein 100% der Elfmeter nicht gegeben wird. Wir haben einen gekriegt, aber ich habe die Fernsehbilder gerade eben erst gesehen. Wie gesagt, es ist ein 100% der Elfmeter am Lescano. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil dann braucht man keinen Videoschiedsrichter meiner Meinung nach. Das zeigt aber auch, welche Widerstände auch da sind von allen Seiten. Und wir dürfen uns nicht beirren lassen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Sondern wir müssen darauf vorbereitet sein in diesem Rückspiel, dass alles passieren kann und dass wir da alles dagegen setzen. Wie gesagt, zusammen mit den Fans vor allen Dingen. Jetzt geht es am Dienstag weiter. Die Vorbereitungsphase ist sehr, sehr kurz. Wie geht ihr es an und wie bereitet ihr euch auf das Spiel vor? Ja gut, für die, die gespielt haben, ist natürlich Regeneration, Regeneration, Regeneration angesagt. Weil das jetzt auch wieder sehr intensive Spiele waren, ein sehr intensives Spiel war, so wie die letzten Wochen auch. Weil man darf nicht vergessen, das ist einmal die physische Beanspruchung, aber es ist auch die Beanspruchung im Kopf, weil es immer um sehr, sehr viel geht. Also da ist sehr wichtig, dass die Jungs sich ausruhen, dass sie regenerieren. Und die Spieler, die jetzt nicht so viele Einsätze hatten, die trainieren allerdings, weil die brauchen auch so eine kleine Spitze, dass sie uns helfen können, dass sie fit sind. Und ich denke mal, da werden wir eine ganz gute Mischung jetzt für die paar Tage schaffen, dass die Mannschaft auf jeden Fall am Dienstag topfit und frisch in dieses wichtige Spiel geht. Almog, ein 2 zu 1 Sieg der Schanzer gestern im Relegationshinspiel in Wehen. Zwei Tore auf der Schanze-Seite, aber auch ein Tor auf Wehen-Seite. Wie hast du das Gegentor erlebt gestern kurz vor Schluss und was ändert es für euch im Hinblick auf Dienstag? Ich denke erst, wir gucken zum ersten Spiel. Wir wollen unbedingt dieses Spiel zu gewinnen und wir haben das gemacht. Klar, dieses Tor vielleicht ist zu schwer, aber wir haben gewonnen und wir haben viel Selbstvertrauen mit uns, viel positiv. Und ich denke, die Mannschaft ist sehr positiv und wir kommen zum nächsten Spiel am Dienstag. Wir wollen unbedingt gewinnen. Jetzt warst du, du hast sehr, sehr früh eine gelbe Karte bekommen, bist deswegen gesperrt am Dienstag im Audi Sportpark. Wie bitter ist es auch für dich, im letzten Spielersaison nicht mitwirken zu können? Ja, für mich ist es schon bitter, aber ich glaube an die Mannschaft. Wir haben einen großen Kader, wir haben eine richtig gute Mannschaft. Und klar, ich werde da, ich werde Unterstützung von der Bank. Und ich hoffe, wir machen diesen letzten Job. Der letzte Job, du sprichst es an, das letzte Spiel in dieser Saison im Audi Sportpark vor heimischen Fans. Wie schön ist es, das letzte Spiel zu Hause zu bestreiten und wie wichtig wird es, dass viele Leute kommen und euch unterstützen? Erstens, das ist sehr, sehr richtig und von mir, ich sage es zu ganzen Fans, zu kommen, zu machen dieses Stadionausverkauf. Wir brauchen den. Und ich hoffe, im Ende des Spiels alle werden feiern und das ist unser letztes Spiel. Wir haben überragend liefert. Die letzten zwei Monate waren ehrlich, wir haben einfach verdient, jeden Sieg. Wir haben diese positive Energie von uns als Absteiger von allen schon geschrieben. als Absteiger und wir haben geliefert, super Leistung und wir brauchen diese letzte Unterstützung, den letzten Kampf zusammen und ich hoffe, dass wir am Ende auch feiern werden.